Ni hao meine lieben Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Heute bin ich wieder mit dem Zwisser am Start. Hallo. Ja man, hallo. Und zwar werden wir heute, du schon, dann wieder mit den goldenen Skins spielen, da ihr das letztes Mal so abgefeiert habt. Ich würde sagen Leute, bei 3000 Likes werden wir noch einen Teil drehen mit den goldenen Skins. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich kostenlos abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, Leute. Und haut auch gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, ab 3000 Likes werden wir noch eine Folge machen. Denkt daran, momentan mache ich eine Pay2Win Series. Und wenn ihr mich supporten möchtet, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr rechts meinen Creator Code eintragt. Und wenn ihr sogar was kauft mit meinem Code und mich auf Instagram markiert, habt ihr die Chance. Jede Woche verlose ich 30 Euro, also 2x15 Euro. Entweder Google Play oder iTunes, was immer ihr auch haben wollt. Vielen Dank an alle, die meinen Creator Code nutzen und ich würde sagen, let's go. So Leute, ich wollte euch noch kurz was sagen und so habe ich mich gerade aus Versehen verklickt. Beziehungsweise habe ich nicht aufgepasst. Ich habe einfach den goldenen Crow gespielt und nicht den Flex Crow. Leute, haut mal alle ein Hashtag lost in den Kommentaren, ihr kennt das von mir. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt den richtigen Skin und dann let's go. So Leute, jetzt auf zur richtigen Runde. Ne, wir kriegen jetzt Minus, ne? Davor wurden wir Platz 2 mit dem goldenen Crow. Für nix. Wollen wir Ultiladen erstmal? Komm, komm, schmeiß Getsche. Lass den Boss ziehen und dann auf Platz 1 gehen. Oh, ja genau, richtig. Darauf. Da ist er, da ist er, nice. Wäre geil, wenn wir den kriegen. Ich brauche unbedingt meine Ulti. Warte, ich gehe von der anderen Seite. Nice. Ich konnte ihn anschießen. Warte. Oh, nice. Lol. Oh mein Gott, das ist so lost. Nein, das ist so ein Pech, weil wir so ge-greedet haben. Oh, Leute. Oh, das ist so lost. Minus 10. Ey, ich muss echt sagen, ne? Erste Runde, Platz 2 geholt. Ich dachte, so geiles Video, let's go. Und dann merke ich erst, ich habe einen falschen Skin drin. Und dann habe ich mir gedacht, komm, weil das ein goldenes Tosche oder ein Video ist, lösche ich das. Beziehungsweise löscht die Aufnahme. Komm, wir sammeln einfach Ulti, komm. Ja, wir hätten mal face-janken sollen, ne? Okay, jetzt, lass chillen, lass chillen jetzt. Komm mal. Die sind unten rechts. Äh, unten rechts, rechts in dem Busch. Hier sind die. Oh, ich habe die Säure gebrochen. Komm, lad, schneller. Oh, diese Station ist voll nice. Oh, ich weiß nicht. Oh, nice. Warte, ich schmeiß meine Minen hierhin. Lade, lade, komm einfach hier. Wir brauchen unbedingt euer Stun. Wie gesagt, Leute, bei 3K-Likes werden wir noch mal so einen Teil drehen mit den goldenen Skins. Ich habe leider keinen... Oh, oh, lass noch hochgehen, lass. Ich will den Boss nicht haben. Wir machen nicht so viel damage. Oh, los. Ja, ich habe... ...resettet. Nice. Oh, ich liebe das Spiel. Hast du noch Gadgets? Gut, gut, gut. Komm, lass holen, lass holen. Oh, warte, warte, warte. Lol, wie viele Cubes die haben. Warte, warte, warte. Ich schmeiß Mine genau in den Weg. Da rennen die 100 drinnen. Oh, sehr schön, Leute. Und damit haben wir Platz 1. Ich würde sagen, wir spielen diese Kombo noch ein paar Mal, weil ich glaube, so ist das easy. Und auf jeden Fall geil anzusehen. So, auf zur nächsten Runde. Mal gucken, ob es nochmal Platz 1 wird. Und schreibt gerne, Leute, in den Chat, äh, in den Chat, in den Kommentaren, was ihr euch als nächstes wünscht, ne? Also ihr habt, ihr dürft entscheiden, was immer jetzt kommt. Lass mal hier oben kurz. Also, wenn ihr Ideen habt, vielleicht zum Beispiel mal wieder Siri mit Zwisser zusammen in Duoshow, dann ist auch immer lustig. Oh, hier unten, hier unten. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wir sind... Okay, egal, egal. Ja, warte, ich muss mal hier irgendwo uns einen Weg freimachen. Wo können wir uns denn hier einen Weg freimachen? Hier. Warte. Ah, egal. Komm, komm, lass, lass, lass. Na, unter uns ist noch ein Team, unter uns ist noch ein Team. Wenn wir jetzt gegen die Kämpfen, kommt das andere Team auf uns. Warte, ich lade kurz in meine Ulti. Oh, ich höre die ganze Zeit einen Roboter spawnen, ne? Das ist kein gutes Omen, Leute. Und die haben eine Milliarde Cubes schon wieder. Ich schmeiß die mal da hin. Haben wir Control da? Oha, der hat 12 Cubes. Oha, die haben alle so viele Cubes da unten. Nice. Nein, da kommt der Sieg. Warte. Nice! Er's done,'s done,'s done, baby, let's go! Warte, 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 komm her, komm her. Oh. Warte, ich will das Ding haben. Oh oh. Ja, ich muss. Oh oh. Warte, warte, hol. Nice. Ich hab noch ein Gadget. Ich hab noch ein Gadget. Oh, baby, let's go! Oh. Yes. Oh, sehr schön. Platz 1. Das schmeckt, Leute. Das schmeckt auf jeden Fall. So, auch zur nächsten Runde. So, lass... Ja, ich hole die Runde in die Kiste. Ich hole die Runde unten. Also, ich liebe wirklich, ähm, Duoshow da mit Robotern. Wirklich, das ist... Also, Duoshow da an sich ist... Nice. Und wenn Robotern, zum Beispiel so wie jetzt gerade, einfach so random spawnen, ist GG, ne? Komm, lass runterziehen. Lass nicht greeden. Nice. Wieder drei Cubes fürs Nix tun. Äh... Ja, den Leon holen, was ich... Jetzt. Ja, da wollen wir uns, ne? Kommt ihr, wenn ihr wollt. Komm, ja, warte. Das Ulti-Laden, aber ich hab ja eh drei Stück. Ah, ne, ich hab nur zwei in der Moment. Hä? Habe ich einen benutzt, wenn du? Jetzt... Ah, warte, warte, sein Team jetzt. Du hast doch Gadget. Stimmt, warte. Wenn er da ist, kannst du rein spielen. Okay, geil. Sehr schön. Ich versuche mal irgendwo... Oh. Da haben zwei Cubes. Warte, wir machen mal hier die Minen. Pass auch, das ist noch eine Jean mit 6. Das ist noch eine Jean mit 6. Wo ist der Boss? Okay. Warte, ich mach mal hier. Aber wir holen uns das. Oh, sehr schön. Hm. Okay. Fett, das ist dann aber egal. Sehr schön. Oh, ich glaub, ich zeig euch das gleich, Leute, dass das auch nicht geschnitten wurde, ne? Weil manche glauben wirklich noch, ich schneide loses raus, oder, ne? Ich beweis euch gleich das Gegenteil. So. Minen, das ist so OP, Leute. Die goldene Taktik ist OP. Ja, ich hab gewartet, bis jemand zu mir kommt. So wie dieser Daryl. Überhaupt nicht OP, ne? Überhaupt nicht OP. So, Leute, ich zeig euch das mal. Ja, hier hab ich einmal aus Versehen Crow gespielt. Mit dem falschen Skin. Hier, ne? Lost. Aber wir wurden Platz 2. Hier haben wir grad minus 10. Dann haben wir gewechselt. Erster, erster, erster. Let's go, nächste Runde. Nächste Runde. So. Oh, oh, links noch eine Kiste. Sehr gut. Oh, ich liebe es einfach mit Robotern zu spielen, ne? Ich bin ja, ihr wisst ja, nicht so der Showdown-Fan. Aber mit Robotern in Duo Showdown feiere ich. So easy, die Games. Leider hab ich nicht so viele Duo Showdown-Leute in meiner Liste, die gerne Duo Showdown spielen. Oh, oh, lol. Ich hätte ihn töten können. Wenn ich perfekt geamed hätte. Warte. Ich würde gerne den Boss... Warte, ich... Oh, ne, die ziehen den schon. Okay, komm, lass uns kämpfen. Hast du gleich Ulti? Oh, mein Gott. Ja. Oh, das ist echt gut gespielt. Hast du gleich Jump? Oh, mein Gott. Oh, was war das? Oh, oh, nein. Ich habe weh im Pull. Oh, nein. Okay, die letzte Runde war nicht so geil, aber... Ne, nächste Runde wird besser, beziehungsweise diese Runde. So, in der Mitte sind vier. Hier ist noch einer bei mir, ne? Ich hole ihn mal, ich hole ihn. Oh, hier ist schon Team. Komm, lass mal darüber kämpfen. Okay, never mind. Lost, einfach so. Zumal mal ganz schön. Ja, lass hier chill. Oh, vielleicht... Warte, die rennen dahinten, die wollen den, den wollen den, komm, hier ist die Boxerin. Mit OH, die haben sieben. Lass, 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 lass. Wir gehen zu den Teilen und machen uns erstmal den Weg frei. Ich brauche meine Minen, unbedingt zweimal. Soll ich? Warte, ich... Nee, 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 die holen. Warte. Ich glaube, das war nicht worth. Oh mein Gott. War drauf. Oh, nee, das ist verlos. Oh, 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 oh. Warte, warte, bleib dran, bleib dran. Ich kann mich dran, ich kann. Oh, hier. Vier, drei, zwei, eins. Oh mein Gott, war das close. Okay, lass, lass, lass weg, lass weg. Ich hab gleich Minen, warte, ich hab Minen. Ich brauche noch. Warte. Ach stimmt, dass er noch Gadget. Ja, ich hab leider kein Gadget mehr. Der hat auch an dem Jahr einen Cubes, ne? Leute, ich hab 300 IQ. Ich hab... Nein, 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 nein. Oh, 300 IQ, Landi. Oh, oh. Okay, lasst beten, dass die Gegner... Team töten. Please, töten euch gegenseitig. Gent. Ja, ja, wahrscheinlich, Team in die... Okay, komm, ich renne in ihm. Okay, Leute. Zweimal minus eins reicht, glaube ich. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Checkt sehr gerne Swisters Instagram ab. Checkt mein Instagram auch sehr gerne ab. Und läuft grad ein riesen Giveaway. Und ja, wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst Bescheid, Creator Code und ja, ein kostenloses Abo dalassen. Und ihr wisst halt alles, was ihr zu tun habt, ne? Dies, das, pipapo. Und ich würde sagen, wir sehen uns, ähm, heute Abend im Stream. Oder morgen um 12 Uhr, wie jeden Tag auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.